Hallo, hier ist Martin von MeinMannKies, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 11.10.2024. Ich hoffe, euch haben die Kunststückchen vom DAX gut gefallen, er hat sich hier schön im Kreis gewirbelt. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir bei der 3.10 mal auf eine rote Stundenkerze achten sollten, für das eher bärische Szenario, dass er sich nach unten durchdrückt, mit Schub dann auf 200 und 1.30. Leider kam die schon vorbürstlich, also im Future war es zu sehen, im regulären Handel nicht. Ich glaube, der war 6 Uhr oder 5 Uhr, war oben an der 3.10 gewesen und hat sich von dort dann gut runtergearbeitet. So leider das natürlich nicht nutzbar. Was haben wir dann gesehen? Er ist dann auf die 200 gegangen, er hat die um die 200 ganz schön schon rumgeeiert. Das sah eigentlich für mich schon fast eher aus, wie es geht, tiefer. Ging dann ja auch sogar tiefer, hat sich bloß vor dem US-Vorbörsen oben nochmal ein bisschen hochgezogen, haben auch US-Daten dann mit dazu, um sich einfach tiefer wieder fallen zu lassen. Er hat ja hier einfach nochmal ein paar Shorts schon rausgestoppt. Vermutlich steht die halt auf die erste grüne, erste rote Stundenkerze, dann hier Short reingegangen, sind einfach alle nochmal rausgestoppt und dann doch nicht vorzufallen. Und dann ist er aber nicht weit gekommen halt, ja. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in das, was wir gestern besprochen hatten, für was müsst ihr machen, um dieses bullige Verhalten aufzuzeigen. Und das ist ja dieses eher mehr ruhig auf der Seite liegen bleiben. Jetzt kann man das nicht als ruhig auf der Seite liegen bleiben bezeichnen, aber ist auf der Seite liegen geblieben. Ja, wenn man sich das Eröffnungsniveau anguckt, das Schlussniveau, brauche ich gar nicht den Tagesschart gucken. Das ist ein Inside-Day, ist in der gleichen Tagesspanne wie der Vortag. Tageseröffnung, naher Tagesschluss. Die Kerze, die ist einfach neben der anderen und somit signallos zu werden, die Tageskerze, ja. Signallos zu werden auf Tagesebene wird es nicht. Ich würde sogar mal ein paar neue Pfeile mit reinmachen, denn man kann hier schon sagen, er hat sich hier einfach nur zur Seite aufgestaucht. Ob man das als Flagge interpretiert oder was anderes, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist einfach ein Unterbrechungsmuster eines möglichen Anstiegs. Dann würde man das so zählen, dass man hier sagt, man hat hier einen Aufwärtsstrang, eine Seitwärtsbewegung, noch einen Aufwärtsstrang, noch eine Seitwärtsbewegung. Da könnte jetzt hier wieder eine Aufwärtsbewegung anstehen. Und deswegen würde ich jetzt schon mal sagen, dass man oberhalb von, was haben wir hier, 2,80 zum Freitag wahrscheinlich durchaus schon mal Richtung 19.400 und vielleicht auch schon mehr ziehen kann. Ja, das heißt, wenn es ihm gelingt, hier sich oben rauszustellen, dann spreche ich nichts dagegen, dass unser DAX dann eben noch probiert, weiterzumachen. Von der Abfolge her wäre es mir dafür sogar aber lieber, wenn er es nicht gleich frontal anstattet, sondern vielleicht sogar erst mal nochmal nach unten setzt. Wenn er jetzt hier unten nochmal so Schwung holt, hat man auch jetzt im Premium im letzten Update nochmal geschrieben, dass es morgen mal als Option mit im Kopf behalten werden sollte, wenn er diese 1,30, 1,100 hat man ja gestern noch als Unterstützung angesprochen. Wir hatten sie insbesondere deswegen angesprochen, weil es A, natürlich eine schöne Reaktionsmarke nach oben ist, aber B, auch so ein bisschen die Signalkante, an der man dann erkennen kann, dass er vielleicht in das bärische, ins negative Szenario absteigt. Und ich sage mal, so wie hier von den CPI-Daten, wo ist denn das höhere Hoch? Wir haben jetzt hier das Hoch bei 85.16 und hier haben wir es bei 83. Also formal gesehen wird eine Abwärtsbewegung, wenn man sie nachher zieht, auch von hier beginnen. Das heißt, wenn er jetzt mit sehr, sehr, sehr viel Dynamik nach unten durchrundet und auch eine 1,30, 1,100 nach unten kaputt macht, kann das das werden, was wir als gestern bärisches Szenario besprochen haben. Das könnte durchaus für die Bewegung ausreichen, aber dafür muss die 1,30 durch. Wo bin ich jetzt von meinem Weg abgekommen? Genau, 1,30, 1,100, das wollen wir mal gerade sprechen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass er für das bullische Szenario, also für die positive Betrachtung, hier quasi vielleicht sogar ein bisschen tiefer rein startet, die 1,30, 1,100 nochmal austestet und sich aber stabilisiert. Eher sogar höher stabilisiert als tiefer, also eher nicht unter 1,100, sondern eher über 1,30 dann abfängt, aber es muss unter 1,50 sein, das wäre Pflicht, ja. Unter 1,50, also noch ein Tief rein stellt und das früh, schon wirklich früh, und vor früh meine ich vor 11 Uhr auf jeden Fall, sich das Tief rein stellt und schon wieder in die Erholung geht. Sehen wir sowas, hätte er sehr gute Karten oben raus dann hier in den Trigger reingeleitet zu werden, nochmal an der 3,10 vorbei zu gucken, die reagiert bestimmt auch nochmal, und dann später weiter Richtung 9,400 zu ziehen. Das wäre das positive Szenario für den Freitag jetzt, ja, oder der typisch Ablauf, wie es unser DAX machen könnte, halt, ja. Nicht so positiv wäre, wenn er nach oben erst anschaut und dann wieder nach unten einen Rückzug macht, ja, also gerade wenn es hier auch ein neues hoch gibt und er macht jetzt hier beispielsweise eine Frontal rein in eine 2,90 oder 300 und haut sich direkt nach unten wieder unter eine 200, dann müssten schon Alarmglocken angehen, weil er dann vermutlich hier wieder runter geht, aber das endgültige Kriterium kriegen wir erst unter der 100 und deswegen kommt jetzt hier noch ein zweiter Pfeil hin, sollte unser DAX hier nochmal unter die 100 fallen, müsste man davon ausgehen, dass der sich hier nochmal unten zum Tief fühlt und dann vermutlich schon in eine Etage noch tiefer rutscht, ja. Also könnte man das quasi im Grunde genommen dann so ziehen, ich würde es jetzt einfach mal hier noch ein bisschen rüber rutschen, wartet mal, na komm, Pfeil, ja, so in die Richtung würde ich es dann sehen. Ja, wenn er das jetzt hier nicht gestanden kriegt und er buckelt sich jetzt doch wieder nur was nach unten zurecht, könnte das dann durchaus den Kerl ein bisschen weiter schon wieder zurückführen und dann würde er dahin gehen, dass er die Bewegungswelle nochmal probiert nach unten zu replizieren, könnte es sogar noch ein bisschen weiter werden, ich glaube, da ist der Fall schon fast zu kurz, ist aber das negative Szenario, funktioniert halt wirklich nur, wenn die 1,30, 100 kaputt gemacht wird, ja. Das ist das Risiko, was wir im Chart haben, denkt dran, ich bin kein Hellser, ich weiß nicht, was zum Morgen kommt, mir geht es bloß darum, euch hier ein bisschen aufzuzeigen, wie bewegt sich unser DAX typischerweise, welche Bereiche muss er dafür überwinden und das machen wir jeden Tag von vorne. Ja, nicht, nicht, weil wir jeden Tag recht behalten wollen und wie auch immer, sondern der Markt kann jeden Tag was anderes machen, der kann sich morgen ändern, heute, ach so, jetzt habe ich schon gelöscht, ihr habt es gesehen, ja, Platz wäre bis 18,700 dann erst mal, wenn er das dann wirklich ausspielt. Aber es geht darum, dass wir einfach die typischen Sachen beschreiben und im Zweifel wirklich jeden Tag immer wieder neu anpassen, denn es geht eigentlich nur darum, jeden Tag immer wieder zu versuchen, im DAX die richtigen Punkte eben mitzunehmen oder einfach auch ein paar Punkte mitzunehmen. Es geht nicht darum, die großen Strecken mitzumachen, große Verluste, die man irgendwo vor sich herschiebt, mit einmal ausgleichen zu wollen, mit dem Super-Trade, das ist nicht Ziel und Zweck der Sache, sondern jeden Tag einfach ein bisschen, ein paar Punkte rauszuholen, wenn der DAX macht, was wir wollen und wenn er das nicht macht, wenn er sich nicht bewegt, wie wir das erwarten, dann einfach den Tag sein zu lassen. Aber es geht hier nicht darum, den großen Knall zu machen, den einen großen Trade, der einen zum Millionär macht, der dann über Wochen und Monate gehalten wird mit einem Einstand von irgendwo zehn Punkten Stop-Loss. Das soll hier nicht das Ziel sein und deswegen passen wir jeden Tag die Analyse im Zweifel auch an, revidieren das, was am Vortag gesagt wurde, auch wenn es eigentlich gar nicht so oft nötig ist und wir eher immer wieder auf dem Vortag aufbauen. Ich möchte bloß, dass das klar ist, dass das hier wirklich eine Morgenanalyse für den morgenden Tag ist und wir ihm damit Routen vorgeben, aber er trotzdem sich jeden Tag frei bewegen kann. Das muss uns klar sein. Das heißt, wenn er das nicht macht, was wir wollen, dann muss der Verlust klein abgesägt werden und es muss sich wieder nachgerichtet werden, was er gerade bewegt, wie er sich gerade bewegt und auch wenn wir ihn, ich will ihn zum Beispiel, lieber unten haben, ja, aber wenn er nicht runter geht, wenn er nicht runter geht und er bestätigt mit sowas und mit Signalen, dass er oben raus gehandelt wird, dann muss halt auch ein Long gehandelt werden. Hier hat er ein bisschen beidseitig die Signale gesetzt, über den Tagesschluss hinausgezogen, allerdings dann einfach dadurch, dass unten raus nichts weiter passiert ist und auch die 1,30, 100 nicht gerissen ist. Das haben wir ja gestern gesagt, es muss die 200 fallen und es muss die 1,30, 100 fallen. Hat er sich jetzt hier eher ein bisschen Platz wieder nach oben erkauft. So leid es mir tut, aber ist dann so. Gut, Freunde. Ja, wie gesagt, Tagesschau brauchen wir eigentlich nicht gucken. Es müsste eine absolut unveränderte Kerze sein, Insight Day innerhalb der vorherigen Kerze auch, also signallos, ohne Wertung. Können wir uns da drauf belassen. Und würde ich sagen, macht was draus. Viel Erfolg, gutes Gelingen mit dem Webinar, weiß ich leider noch nicht, wie ich es mache. Da für die Premium-Leute, da gebe ich nochmal Bescheid. Bin ich noch ein bisschen am Rumrühren, wie ich das irgendwie hinkriege, weil wir das Wochenende jetzt nicht da sind. Und ja, melde ich mich nochmal. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende und viel Erfolg noch am Freitag. Ciao. Ciao.